Hi, ich bin Emma von Jetzt kommt Kurt und heute zeigen wir euch unsere Magic Wood Klangbäume. Die Klangbäume bieten wir in drei verschiedenen Größen an, den kleinen, den großen und den XXL-Klangbaum. Jeder der drei Bäume ist rundherum mit 30 bunt gefärbten Klangblättern versehen. Sollten die beim Spielen mal kaputt gehen, haben wir im Shop auch die Blätter sowohl einzeln als auch im 30-teiligen Set zum Nachkaufen. Der kleine Klangbaum wird mit sechs kleinen Glasmurmeln geliefert. Beim großen Klangbaum sind etwas größere Glasmurmeln dabei. Der XXL-Klangbaum kommt mit fünf bunten, großen Holzkugeln. Dieser Baum wird in Einzelteilen zu euch nach Hause geliefert. Alles, was ihr zur Montage braucht, ist im Paket enthalten. Die Klangbäume und viele weitere Beschäftigungsspiele findet ihr im Katalog und in unserem Online-Shop. Viel Spaß beim Stöbern und bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!